So, jetzt müssen wir auf die Zivilcub-Fahrer des Geilfahrt statt. So, jetzt müssen wir auf die Zivilcub-Fahrer des Geilfahrt statt. So, jetzt muss ich auf die Zivilcub-Fahrer des Geilfahrt statt. Boah, sind das spektakuläre Bilder Rad an Rad mit ihren freistehenden Rädern. ... ... Es ist ein bisschen Wir hoffen wir mal, dass das Feld da gut durchkommt. Gut. So, dann doch jetzt ein Rennablauf. Mal hinten. Achtung. Hinten. 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 Hier unten hier mit einem Ausstart. Boah. Also das ist spektakulär, wenn die Meute hier zur ersten Kurve kommt. Boah, aber alles gut gegangen. Da sind wir erstmal froh. Das war's für heute. um relativ sicher Platz 2 Halleluja Kommt der 5.6.60 Stärker So, dann wird hier alles hinweg abgewunken und dahinter hat er nur noch gewunken und wieder weg. Dann wird er noch verschreitet. Dann hat er den Platz noch behalten und verteidigen. Oh, 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 oh.